Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns mal die heute frisch präsentierten neuen Modelle von Cowboy anschauen wollen. Konkret ist es eigentlich nur ein ganz neues Modell und zwei neue Namen, die jetzt in den Cowboy-Kosmos mit einfließen. Das Cowboy gibt es jetzt nicht mehr nur als Cowboy 4 und Cowboy 4ST, also in der Tiefeinsteiger-Variante mit dem Cruiser, hat ein komplett neues Modelleinzug gehalten. Was es damit auf sich hat, das klären wir jetzt in diesem Video. Los geht's! Cowboy hat auf seine Fahrerinnen und Fahrer gehört und die wollten, dass die Bikes so ein bisschen weg von dem ganz streng sportlichen, wie das bei den aktuellen Cowboys der Fall ist, weggehen und so ein bisschen mehr für den Fahrkomfort und für die Ergonomie getan wird. Und genau das will Cowboy jetzt mit dem neuen Cruiser erreichen. Cruiser, das legt der Name schon nahe. Hier geht es ein bisschen weniger um Sportlichkeit und ein bisschen mehr um den Fahrkomfort. Ein bisschen mehr Fahrkomfort, ein bisschen weniger Sportlichkeit, das hat Cowboy ja schon zuletzt mit der ST, also dem Tiefeinsteiger, dem Step-Through erreicht. Und geht jetzt aber nochmal einen Schritt weiter, indem man mit dem Cruiser Classic jetzt auch eine komfortablere Version mit Diamantrahmen anbietet. Das Ganze machen sie durch behutsame, aber doch folgenreiche Änderungen. Die erste und die auffälligste betrifft da mit Sicherheit den Lenker, denn der war beim ST schon so ein bisschen gebogener, beim normalen klassischen Cowboy 2, 3, 4 die letzten Jahre immer sehr, sehr schmal, sehr gerade und damit auch sehr, sehr sportlich. Das hat sich nun geändert und es geht fast schon in Richtung Hollandrad. Wir sehen es hier, der Lenker, die Lenkerenden, das zieht sich deutlich mehr zur Fahrerposition hin und damit ist es natürlich auch deutlich komfortabler und auch ein Stück weit gemütlicher zu greifen. Hinzu kommt, dass an den Griffenden nun nicht mehr diese kurzen, runden Griffe montiert sind, sondern da Komfortgriffe, wie Cowboy das nennt, Einzug halten. Komfortgriffe, das heißt einfach, die werden zum Ende hin ein bisschen breiter, ein bisschen gummierter und sorgen damit dafür, dass man so ein bisschen mehr Platz hat, um die Handgelenke abzulegen und dass die dann auch deutlich komfortabler da liegen und auch nicht mehr so schnell anfangen zu schmerzen oder zu ermüden, wenn man dann mal länger in dieser Haltung ist. Aber der Lenker ist nicht nur breiter und gebogener geworden, hat nicht nur neue Griffe spendiert bekommen, sondern sitzt nun auch ein deutliches Stück höher. Das Ganze sorgt dann natürlich dafür, dass auch die Fahrerinnen und Fahrer darauf deutlich aufrechter sitzen können. Cowboy erreicht das dadurch, dass der Winkel am Vorbau einfach so ein bisschen spitzer wird. Es sieht ein bisschen so aus wie die Bilder, die man aus den Foren kennt, wo Leute selber daran rumgetüftelt haben und einen neuen Vorbau dran gemacht haben. Das ging aber ja bei der Vierer-Version gar nicht mehr, denn da sind die Bremsen schön integriert, die Bremsgriffe. Wir haben die induktive Ladefunktion, wir haben diese Quad-Lock-Vorrichtung und wir haben die LEDs jetzt im Cockpit mit drin, statt auf dem Oberrohr, um eben den Akkustand anzuzeigen. Und das kannst du natürlich nicht einfach mal so austauschen, aber das Ganze kann Cowboy natürlich abändern und genau das haben sie jetzt getan. Dadurch ist der Lenker auch ein bisschen höher als der Sattel, natürlich je nachdem wie groß ihr seid und bisher war das ja immer andersrum. Der Sattel hinten, der war deutlich höher als der Lenker vorne und dadurch liegst du natürlich so ein bisschen sportlicher auf dem Bike, hast die Straße ein bisschen weniger im Blick und genau diese beiden Faktoren ändern sich nun damit, dass man sie einfach gesagt hat, den Vorbau heben wir an, den Lenker neigen wir zum Fahrer hin und dadurch sitzt man jetzt ganz anders auf dem Bike. Und apropos Sitzen, auch am Sattel hat sich was getan, der Sail Royale Sattel ist nun deutlich breiter und damit komfortabler geworden. Auch das zahlt natürlich auf das Punktekonto Komfort mit ein. Und mit Adaptive Power, das habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt, hat Cowboy zuletzt ja schon mal so ein bisschen was fürs Anfahren und damit natürlich auch für den Komfort getan. Das heißt, das wurde vereinfacht. Das Ganze wurde softwareseitig nachgerüstet für alle Bikes, jetzt wird aber auch hardwareseitig nachgerüstet, denn die Getriebeübersetzung wird vergrößert. Damit soll das Anfahren dann noch einmal deutlich leichter geschehen und egal in welcher Situation, ihr schwingt euch drauf, sitzt schon aufrecht, gehen die Pedale, das Bike rollt los. Was willst du mehr? Damit ist für den Komfort-Fan auf jeden Fall sehr, sehr viel getan. Übrigens, ich habe es ja eben schon gesagt, bei der Benahmung ändert sich auch so ein bisschen was. Das normale Cowboy 4, wenn man so will, heißt jetzt einfach nur Cowboy Classic. Das in der Cruiser-Variante ist der Classic Cruiser und das Step-Through-Modell des ST ist nun der Cruiser ST. Das hatte ja schon diesen gebogenen Lenker und das hat ja auch schon die anderen Griffenden montiert. So, jetzt könnt ihr euch das ganze Portfolio so ein bisschen vorstellen, wird also nochmal um ein Bike erweitert. Und zusammengefasst lässt sich sagen, der Sattel wird breiter und komfortabler, der Lenker wird gebogener, die Griffenden sind neu, der Lenker sitzt nun höher am Vorbau und die Getriebeübersetzung wird verändert. Das sind die Neuerungen des Cruiser Classic, ganz grob einmal kurz zusammengefasst. Dabei ändert sich sonst eigentlich nichts an den Bike. Cowboy hat noch immer diesen klassischen entnehmbaren Akku, der hinten unterm Sattel beginnt, der auch das Bremslicht und das Rücklicht vereint. Und der schafft auch noch immer Reichweiten von so 60, 70 Kilometern im Alltag. Noch immer gibt es die schön integrierten Bremsen, hydraulische Scheibenbremsen. Noch immer haben wir einen Gates-Carbon-Riemen, der den Hinterrad-Nabenmotor antreibt. Der hat noch immer 250 Watt und kommt noch immer mit einem Drehmoment von 45 Newtonmeter daher. Also ordentlich für ein solches Citybike, das jetzt rund 19,6 Kilo oder irgendwas wiegt. Das heißt, auch hier gibt es keine großen Änderungen. Änderungen gibt es auch nicht am Preis. Das kostet genauso viel wie das klassische Cowboy 4, aber Cowboy hat angekündigt, die Preise demnächst anheben zu wollen. Wenn ihr da also noch unsicher seid und vielleicht zuschlagen wollt, dann hilft der Faktor Zeit vielleicht, euch da ein bisschen schneller zu entscheiden, bevor das Ganze dann wieder teurer wird. Konkret bedeutet das 2.990 Euro, also sagen wir mal 3.000 Euro, kostet das Cowboy Cruiser und auch das Cowboy Classic und auch das ST. Das gibt sich also nichts. Voraussichtlich im August werden die Bikes dann allesamt teurer. Und wie viel dieser Sprung ausfallen wird, das hat Cowboy noch nicht geklärt. Neben Akku, Riemen und Motor natürlich weiterhin inklusive sind natürlich auch die ganzen Smart Features. Denn das macht dieses E-Bike natürlich aus. Die App, die da mit dazu kommt, die ja jetzt auch seit kurzem Google Maps Navigation hat, die euch das Bike sperren oder entsperren lässt. Ihr könnt es tracken. Mit der richtigen Versicherung bekommt ihr sogar Push-Notifications auf euer Smartphone, wenn sich jemand an dem Bike zu schaffen macht. Also auch dieses Paket ist natürlich sehr, sehr attraktiv und wird natürlich auch bei den Cruiser-Modellen wieder mit dabei sein. Wie ich finde, ist das Cruiser jetzt ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Ein gutes Gesamtpaket für alle, die so ein bisschen mehr Komfort haben wollen. Und vor allem wird es jetzt auch für Vanmoof, Veloretti und Co. eng. Also diese Hollandrad-E-Bikes. Das sind ja alles diese Design-E-Bikes mit smarten Funktionen. Cowboy, Vanmoof, Veloretti. Wobei das Cowboy da bisher ja immer so ein bisschen außer Konkurrenz gelaufen ist. Denn durch diese sportliche Sitzposition war das mit den anderen beiden ja eher weniger vergleichbar. Wer ein bisschen sportlicher unterwegs sein wollte, der hat immer bei Cowboy zugegriffen. Wer ein bisschen mehr Komfort, wer ein bisschen mehr Hollandrad-Flair haben wollte, bei Veloretti oder Vanmoof. Jetzt kommt Cowboy plötzlich mit dem Cruiser um die Ecke. Schafft also ein Plus an Komfort, hat den entnehmbaren Akku, hat einen Riemenantrieb, diese ganzen Smart-Features. Also das wird nochmal spannend, wie dieser Kampf da um die Spitze dann verlaufen wird. Spannend wird es auch, wenn ich den Cruiser für euch teste. Deswegen lasst am besten jetzt gleich ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Und auch die anderen Reviews und Ankündigungsvideos, die hier regelmäßig online gehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Es freut mich auch, dass du hier bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Das Video ist jetzt vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.